so hallo mal wieder bei monster hunter generations ja ich habe jetzt sehr lange keine folge mehr aufgenommen ich habe aber multiplayer weiter gespielt das ist meine ausrüstung wie vorrückt und zwar habe ich die lagombi-rüstung voll aufgewertet zu einer event waffe schrottigen talisman das noch das könnte noch sagen hier was willst halt die übrigen von der hat ich zeig sie trotzdem noch mal erholungsgeschwindigkeit ob dann durch heiten und schneller und die ausdauer ich bin grad unsicher y details genau der rote balken wird schneller geheilt ja auch steigt meister das aufsteigen wird leichter mehr schaden und so weiter und diesen kombi-skill der lagombi-rüstung bzw. der schneesturm lagombi-rüstung ausweichdistanz und ausdauererholung ist erhöht super ok ja und ich habe mich schon also viele quacks abbracht diese folge versuche mal den shagaru magala ich denke sollte eigentlich kein problem sein mit den items die ich habe habe ich zumindest vergessen habe ich schon ich habe alles dabei was ich brauche also warte mal ich gucke mal was habe ich denn für katzen dabei ich weiß es gar nicht ach die werden es schon reißen mal sehen ich bin auf sie angewiesen ach so ja ich hoffe ich habe also normalerweise müsste ich ariel style haben mit wolfsrachen ich habe wolfsrachen 1 mehr genommen weil der andere braucht so lange sich aufzuladen so erste hilfe plus sogar das ist so ein so ein witz so ein schreiender huhn letztens habe ich mit in der arena im multiplayer gold rathian und silber rathalos als ferus gemacht und da war eine normale erste hilfe der truhe so also wir nicht schlucken schon mal die mega sprinze geht mich direkt los ja ich mag shagaru magala nicht zu gerne nicht mein lieblingsmonster muss ich nicht zugeben du klätzt wieder aber einigermaßen also ich finde man sollte dann mobil sein mit man möglichst immer nah dran sein kann am besten halt weg von seinen vorderkläumen finde ich aber keine ahnung ich versuche auf jeden fall immer so unter seinen füßen zu bleiben man versucht einen tenia ein bisschen zu erarbeiten nach vorne will man will ich zumindest eigentlich nicht weil dann macht er seine heftigen schläge und seine explosionsattacken und ja das war so ein random dingst der unter einem sparen kann aber dann hat mich umgeworfen aber versuche mal weg zu kommen von seinem vorderkörper das hat jetzt nicht geklappt das schießt ja mit irgendeinem niedergedöns auch im angriff aber man kann so attacken machen bei denen das viel bewegt noch so ist und schon macht seinen ersten komischen keine ahnung er fliegt jetzt hoch und schreit einmal aber eigentlich ich glaube er hat eine bestimmte phase erreicht im kampf oh da hat er mich umgerissen in der luft er darf das ist einer der moves von denen ich lieber nicht getroffen werde wobei das hier eigentlich gehen sollte ist das high rank mäßig einigermaßen die fortgeschrittenen quest hier auch von materialien später her und für so müssen wir hören zu bearbeiten und sie habe ich keine guten kombus drauf er ist macht so lange pausen nach dem ich paar geschlagen haben ist nicht so schön seine explosionsattacke da bin ich reingesprungen aber man sieht schon es macht nicht allzu viel schaden das ist nicht gut schnell weg muss schon mal heilen zur sicherheit die katzen heilen schon ja so nötig das heute mich noch mal kräuter holen danke katzen er hat doch immer noch diese infektion ich habe auch schon wieder einen buff bekommen ah ich habe jetzt gerade die immunmodus ausgemacht aber egal meine leistung ist ja voll was macht er oh nein sinnlos herum gehüpft hier sieht man auch mit dem devait also mit dem devait mit diesem aerials da oh wolfstrachen ist so hoher die sehe ich gerade aktivieren wir das mal oh die katzen sind alle down so ich habe wolfstrachen 1 da hat man ein bisschen weniger zeit im wolfs noch gott rachen aber er ist schneller aktiv es bringt halt jetzt gerade nichts wie man sieht okay die hörner haben schon sie gebrochen so aus der regeneration ist wieder normal weg von der explosion es geht aber echt gut mit du die plätze nicht dann reiche ich hier nochmal da habe ich einfach durch das ist ein problem uns zu gehen ursachen lassen vorbei da ist ja mal den billow kommen was hier ich glaube es gibt auch endlich das kommen muss aber keine ahnung da muss ich mal schlau machen hier da ist er nochmal wütend das schreien die würde ich gerne haben komm ich ran ja lässt er mich doch drachen schatz da explosion schnell weg oh gott ich glaube ich werde es nicht noch eine ein dings benutzen ein mega sprints saft ich glaube der geht gleich down mit einem schön kurzes video oh aber ich fühle mich eigentlich recht wohl mit äh double play zum shaka römarela muss ich sagen ich habe mich zwar gerade getroffen mal wieder also allgemein ja okay da war das schadangriff aber wieder hier oh ist er blöd wenn man dann wenig trifft um seinen oh balken aufzuladen ja gut auch schon wieder ein bisschen heilen mal katzen sind halt wirklich schnell tot bei mir das ist so doof ich weiß nicht ob man die ein bisschen tank hier machen kann noch ich glaube auch die ähm ai katzen später also mit double cross äh neue die die jagdziele kriegen für katzen und so noch die ich lege benutzen vor allen dingen wenn ach man ja man trifft auch nicht auf die nachdem wo man ihn trifft irgendwie er ist halt doch man weiß nicht irgendwie kommt mir ein bisschen zu klein vor als dass man da viel treffen würde mit den ja jetzt habe ich wo er bewegt sich zu viel keine ahnung so wolfsbrachen ist wieder aktiv ich habe Angst dass er mich interrupt wird aber das ging gut je nachdem wie man sieht und dann maute ich ihn wieder leider ist wolfsbrachen der ist derweil aktiv das ist nicht so schön eigentlich aber egal wenn ich den t noch gecutt kriege hier jetzt aus haben wir uns gebrochen hier so ist halt es ist halt doof wenn man kein kein ding ins hat mega sprinster machte noch mal einen auf wüthünd wolfsbrachen geht gleich aus noch einen sprung rein bekommen war ich doch länger aus als ich gedacht hätte meine waffen sind schon grün ich glaube ich gehe mal schärfen war schon ziemlich krass dass die grünen sind aber die haben so viel weiße schärfe eine grüne warum ich sie benutze schärfe schärfe machen hier lass mich in ruhe ich habe mich noch nicht mit so einem dicken zähne oder so ich habe mich noch nicht ich habe mich noch nicht und da noch ein tail abgeschnüttel schnüppelt da hat er mich ich hatte auch keine ausdauer ich könnte nichts mehr machen das ist ein doof das ist ein doof das sind den ärzt die nun wo das hier benutzen aber lange dürfte es ja nicht mehr machen eigentlich ja diese prünge die machen zu viel schaden glaube ich beziehungsweise im vorschach so lange ob switchex wäre wirklich schneller gewesen und jetzt ist er real waffe au wieder keine ausdauer er bewegt sich halt viel also macht mit den area attacken nicht also viel schaden schon mal so bisschen rein mir ist wieder gut warum auch immer warum auch weg da müsste ich da haben schon mal mitgerissen aua und betäubt kannst du sein dass ich das sterbe oh nein oh Gott ich bin abgesprungen von seinem Ärmchen mal heilen ein ein mit der ausdauer wie der kopf ist entkitzel da ist er da schnell suchen das ist so ein kleines stückchen hier bei so einem drachen elsen wird man eigentlich mehr erwarten da hinten was ist das was im armen habe ich noch relativ lange gebraucht ich hatte wirklich eine kürzere zeit erwartet aber ich glaube die vielen area angriff macht bei dual place bei ihm nicht zu viel schaden weil es halt wirklich nicht allzu viel trifft leider ich denke das dürfte der grund sein jemand den ich kenne macht ihn halt mit dem bogen in vier minuten oder so quest erfüllt das war mal wieder so eine sprechblasen quest das heißt ich hoffe es werden noch einige quest durch freigeschaltet als sachen ja im nächsten also in damit was gibt es dann auch endlich mal ja dorf high wing also wahrscheinlich noch mit advanced missionen die direct niveau haben da freue ich mich schon drauf ich muss mal hier ein bisschen was mit zum verschmelzen so haben die katzen noch gelevelt oh nein das ist nice ich bin irgendwie traurig dass sie nicht einfach double quest für die switch angekündigt haben das wäre so nice gewesen dann hätte ich mich echt ultra gefreut ich denke es hätte auch direkt einen fetten verkaufs boost gegeben obwohl sie sich auch so schon wie geschnitten brot verkauft hat zumindest erstmal aber das war halt die erste auslieferungsmenge und die geht meiner meinung ja eh immer schnell weg ich bin mal gespannt ob sich die verkaufszahlen halten nur das ist jetzt halt wirklich nur das einzige was sich lohnt ist halt eine zelda also auch im verhältnis zum preis jetzt bei bombermen das ist sicher auch ein geiles spiel aber ich finde es ist viel zu teuer ich weiß nicht es ist irgendwie ich weiß es ist halt nicht so viel besser als irgendein indie spiel ehrlich gesagt keine ahnung macht sicher spaß aber ich weiß nicht ob sich ob sich der preis der gericht fertig ist ich glaube es kostet 50 euro aber egal ja das nächste was halt rauskommen würde für mich was ich mir auf jeden fall holen werde das mario kart 8 deluxe service heißt und splatoon 2 aber egal ja so viel zwitsch das ist mir das geistert das geistert so noch in meinen gedanken herum die ganze zeit weil ich auch ja diesmal halt ein bisschen wie diskutieren darüber und so weiter ob sie jetzt erfolgreich ist ist im konsolenkrieg keine ahnung egal ja das war's für diese folge bis zur nächsten folge winke winke bye bye tschüss ja